hmm oh Kinder ich wollte hier noch niemals hin jetzt bin ich hier, das ist super bum 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 m auch gibt's hier denn egal, egal, einfach weitergehen das sieht mal an Der redet viel. Trotzdem hier. hihihi ich soll wohl so sein. Puh, ähm... Jo, hier hört's auf. Ich würd' jetzt echt gern zurückgehen. Ähm... Ich weiß aber gar nicht, geht das so einfach? Oh, bitte. So, sind wir wieder hier. Ne, irgendwie ist ja nicht lang. Über ein Herz, hat der alte Mann gesagt. Wow. Da war nix. Hier war nix. Toll. Ähm... Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Du willst mich flaxen. Okay. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Tötö... Jetzt komm ich schon nicht mehr raus oder wie? Es ist schon zu lang her, dann war ich jetzt grad echt nicht mehr. Das ist nicht so cool. die vor um ich weiß gar nicht so was ich machen muss Prozent 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 und von uns aus um aber zu dem alten gehen Prozent die lästigen Fischer hier Hinterherrte ich mich arg lustig getäuscht, bla bla bla, ich kann kein Gedanke gelingen... Du, du, Erholung, ja, mach mal, erhole mich. So, noch mal hier rein. So. Hm. Jetzt zocken wir hier, ne? Sag mal. Okay. Ich find grad echt kein Ausweg mehr. Ach, komm. Ist ja auch gelacht. Na, siehste, hier ist doch was. Die Höhle führt zurück zum Dorf Karkariko. Genau, siehste, guck. Ist doch alles ganz cool. Ja, das war alles super. Bam, 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 bam. Pah, kein Grund zur Sorge. Und schon haben wir's geschafft. Ähm, jetzt sind wir dazu total vom eigentlichen Wege... ...weggegangen, sag ich mal. und können nun wieder weitermachen. Wow. Babam, babam, babam. Wenn ich das richtig weiß, werden hier auch meine Herzen aufgefüllt. Ich probiere es nur mal gerade aus. Pam. Äh, blablabla, blablabla, blablabla. Ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Ähm, gut. Ähm, ich jetzt wollte hier hin. Weil... Ich glaube, das haben wir sogar schon mal ausprobiert. So soweit. Ähm. Ich glaube, das war der Mann. Scheint nicht. Oder, natürlich, was wahrscheinlich die sinnlogischste Folge wäre, dass man den so schieben muss. Na, wer sagt's denn? Ich wusste es doch. Ach, Kinder. Und wo sind wir jetzt? Das werden sich ja so einige fragen. Wir sind wieder, ähm, unterm Palast. Wir sind tatsächlich unterm Palast. So tricky, wie wir sind. Ähm. Wir wollten ja von Anfang an diese zwei Bruchstellen untersuchen. Und jetzt können wir das ja im Prinzip machen. Jetzt, hier sehen wir, was da drin ist. Bomben. 300 Rubine. Und 10 Pfeile. Oh, komm. Wieso nicht, ne? Ähm. Das heißt, wir können wieder gehen. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Geh mal rein. Ich muss schon sagen. Ja, hallo. Ich bin's wieder. Entschuldigung. Ich wollte wieder. Naja. Ähm. So. Ähm. Ich muss immer überlegen, wo ich eigentlich finden wollte. Und ich glaube, es war hier hin. So. Aber... Ne, 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 ne. Stopp, 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 stopp. Wo bin ich? Wo wollte ich hin? Ich will da hin. Da hinten. Ah, Kinder. Ja, wir, ähm... Machen das jetzt so. Wie ich es gesagt habe. Ähm... Tadaa, hier, hier will ich durch. Und dann können wir... Hier ist mal ein paar Sachen kaputt, auch, weil es immer Spaß macht. Der Wasserfall, der Wünsche, ist gleich da vorne. Der interessiert mich recht wenig. Ich muss mich mal hier überlegen. Ja, diese netten Fische, die kennt man... Oh, auch noch. Oh, ich glaube... Das hat man doch einen Herzcontainer gesehen und... Tada! Bum, badaboom, badabang! Ah, jo. Hoppa, was verlassen. Oh, ja. Was? Hä? Wieso fällst du denn ins Wasser? Hä, hä? Huschbrauner! Husch, husch. Ich bin mir grad nicht mehr so sicher. Doch, 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 doch. Oder? Ah. Oho, willst du was von mir? Das ist der... ...König der Zora. Ich möchte Schwimmflossen. Ohoho, ich habe dich zu verschenken. Schwimmflossen kosten 500 Rubine, das Paar. Dann zahle ich 500 Rubine. Hier. Hier deine Flossen aus. Darum gestatte ich dir sowas Wasserwege zu benutzen. Alle Seen und Flüsse sind miteinander füppelt und tauchen die Strudel ein. Wo du allerdings dann landest, musst du selber raus. Ja, cool, hä? Ja, das ist nice. Das ist nice. Jetzt können wir schwimmen. Hä? Okay. Und... Jetzt können wir wieder laufen. Wir können ja jetzt schwimmen. Wir können endlich schwimmen. So. Die können uns trotzdem nicht leiden. Sowas sind lästige kleine Biester. Aber jetzt habe ich schon wieder verlaufen. Willst du mich wirklich verarschen? Bam, bam. Bam, bam, bam. Okay. Da sind wir wieder. Und jetzt? Kinder. Das war selten dämmig. Das war ein Strudel. Da geh mal rein und dann... Und jetzt sind wir... Jo, wo sind wir, hä? Irgendwo im Wasser. Dann gehen wir mal an Land. Das wäre wahrscheinlich Messidee. Bis zum nächsten Mal.